hallo freunde der käuflichen liebe willkommen bei eurem schule zur nächsten folge minecraft ich bin ja immer noch auf einer unbekannten terrain wie es so schön heißt auf der suche nach weiß ich noch nicht auf jeden fall melonen und kartoffeln und mal gucken was man sonst noch so findet also ich hoffe ja mal dass ich irgendwann doch mal eine andere siedlung finde kohle habe ich eigentlich genug die müllten mir sonst nur das ganze inventar zu ja das kann einmal weg jetzt linge brauche ich jetzt obwohl moment die ab die habe ich zu hause zu hause in meinen dingen noch nicht fichten nehmen wir die doch mal mit kann ich die auch anpflanzen weiß noch nicht ob ich sie brauche wahrscheinlich wahrscheinlich eher nicht aber und wegen der vollständigkeit ich bewege mich auf jeden fall von meinem haus weg aber soweit ich hier auch gucke ist keine andere siedlung oder sonst irgendetwas wald tja ok geht ohne aber in dem fall krieg ich natürlich doll so schweine da ist fast ins loch gefallen und da ist ein hotel ok keine weizen samen eingesammelt gott sei dank die hätte ich definitiv weggeschmissen wo gehen wir jetzt hin hier kann ich auch echt so lange wandern wie ich will und findet nix das ist ein bisschen schade hier sind wieder sind das sind das für bäume habe ich die schon 100 fichten fichten und die habe ich schon weggeschmissen kleine fichte oder wird im fall kann man die nicht sammeln okay wie komme ich denn hier im berg drauf hoch da ich weiß nicht vielleicht sind fichten ja ein bisschen andere bäume die quasi so drei wachstumsstadien haben aber kann ich mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen aber wer weiß wer weiß da füchse doch ich kenne ich ja noch gar nicht wiki wiki hm na das ding ist zähmen zähmen kann ich euch nicht na gucken ist auch nicht die feine englische aber ne wird nix okay das ist zumindest schon mal eine neue tierart eine die ich noch nicht kenne in minecraft heißt jetzt ja nichts aber oh was ist das da wieso sind da einfach so ein paar steine angeordnet moment hier mal wieder runter so und nach hier irgendwo hier war das doch ja doch einfach nur doch so wählen was tolles aber nur musterbruch stein doch schon danke auch was war das denn was was zur hölle was war denn das was war das wenn ihr wisst was das war dann schreibt es mir mal bitte in die kommentare ich weiß es nicht hallo ach das sind das sind stachelbüsche wahrscheinlich ne aha aha okay interessant na die nehmen wir auf jeden fall mit ich hoffe mal die kann ich so einpflanzen muss die nicht erst noch groß verarbeiten das ist ja geil okay neue pflanze entdeckt nicht die pflanze die ich wollte aber kann und kann ich das zu euch essen oh nein bleib hier ähm aber sag mal was mache ich denn hier füllt einen auf okay so warum nicht oh jetzt wird schon wieder dunkel supi ganz klasse was sind das für riesenbäume alter sind das auch fichten und hier zack einmal neuer so jetzt beginnt wieder die zeit wo man nüchte sieht ist doch nur normale erde und da ist auch wieder so ein steinquader hallo zombie weh heh heh ja leck mich toller sound effekt so so natürlich ich werde mir hier mal glaube ich ein kleines haus bauen ist also eine kleine hütte wo ich die nacht über stehe erde obererde aha es war das denn ja toll alter ihren noten okay ich jetzt erstmal gut so problem ist leider nur ich habe kein bett alter wie lange hält denn seitdem ich ertrank kann hier grobe erde haben wir auch gott was mache ich denn damit fangen wir jetzt mal an muss ich es in den nächsten folgen nicht machen hätte ich vorhin mal ein paar schafe irgendwie umgebracht aber nö hier ist mein kabuff super sache dann würde ich sagen gibt es hier erstmal einen kleinen cat und wenn es wieder hell ist geht es weiter so liebe freunde da sind wir wieder und wie ihr schon gehört es hat angefangen zu regnen und irgendwo hier ist eine spinne unterwegs die habe ich vorhin noch gehört da so alles klärchen dann brauchen wir dich mag damit ich mir das häuschen alter okay ich überlege gerade es hat schon immer mal geregnet aber hatte ich schon mein gewitter in minecraft da müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen alter vater wo 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 was ist denn da ach so wolken ok alle klar so gehen wir mal weiter kürbisse habe ich schon war hier irgendwo ein kweeper oder diese alter diese kleinen mistviecher ja natürlich alter wo kommt ihr denn jetzt alle her da fickt dich oh fuck perfekter zeitpunkt um das schild damit dass das schild kaputt geht ey okay so äh schild da okay äh da kweeper natürlich weg mit dir okay weiter im text mhm oh ha okay nee skelette habe ich jetzt keinen bock drauf na das vieh meinetwegen soll herkommen alter vater finde ich schon ein bisschen geil oh komm drunter hier gibt's ne dann gibt's ne naht hm du dacht du denkst auch du kannst dich anschleichen wa am arsch die räuberkeule so was ich jetzt irgendwann nochmal finden muss sind ein paar schafe damit ich wolle kriege und mir ein Bett herstellen kann ah keine skelette schafe äh schweine hühner da unten sind noch zombies wechseln äh äh und schau ab So, da kommt direkt der Nächste, der sich verwursten lassen will. Ja, okay. Ja, zack, weg damit, Diensthose weg. Süßbeeren behalte ich, das kommt weg. Glowstone-Staub. Ich lasse ihn erstmal drin, brauchen trug ihn eigentlich nicht. Eier, weg. Alter, Vater. Schweine, Kühe. Wo sind Schafe? Ah, ist eine Spinne, ne? Ah, und ein Knieper, okay. Oh, shit, zu spät gehört. Okay, Skelette, Spinne, Spinne. Hm, alter Schwede, ey. Komm her, hier. Sonnenblumen. Habe ich die schon? Ja, ne? Ah, kenne ich schon, okay. Ah, die wieder weg. Ja, das sieht doch aus wie ein Schaf. So. Ah, ja, na klar. Was war das für ein Gezische? Ah. Ja, war das vorhin ganz sicher nicht mit dem Gezischer, aber egal. So. Gut. Oh. Okay, Folge wird noch ein bisschen länger. Ich kann ja jetzt nicht einfach aufhören. Weg mit dir. Alter Schwede. So, Freunde der Sonne. Hier würde ich sagen, ist die Aufnahme erstmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ne? In der nächsten Folge. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es weitergeht. In irgendeine Richtung wird die Reise weitergehen. Äh, ja. Für nachts werde ich mir definitiv jetzt ein Bett bauen. Ne? Weil, wie gesagt, ich sehe nichts. Ihr seht wahrscheinlich in der Aufnahme auch nichts. Ne? Zumindest, wenn ich das hier so richtig sehe. Bringt keinem von uns was. Macht keinen Spaß. Von daher schlafen wir da mal. Ich hoffe mal, das setzt den Kompass nicht zurück. Aber ich glaube, der Kompass zeigt immer auf den ursprünglichen Spawn. Ne? Sprich, da, wo ich zuerst gespawnt bin. Und das müsste eigentlich mein Haus sein. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich die Arschkarte. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren nach dem Abonnieren. Damit ihr auch Benachrichtigungen in eurer Abo-Box bekommt. Ups. Und schaut eventuell auch mal bei mir im Livestream vorbei. Die URL findet ihr unten in der Videobeschreibung auf Mixer.com. Ja, und das war's von mir aus. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, haut rein. Euer Schule. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017